Der blauen Sportpony-Sattel ist fast fertig. Die Besonderheit hier natürlich dem Monoblat-Effekt, dass wir nur eine Tasche haben, wo das Stropfen-System durchgeführt ist, so dass der Reiter oder in dem Fall das kleine Mädchen mit dem Bein ganz nah an ihr Sportpony rankommt. Aber nicht wie bei anderen Monosätteln üblich die Pausche obendrauf gesetzt, weil dann sind wir natürlich eingeschränkt in der Form und Größe, sondern wir haben hier das sogenannte Döner-Prinzip, dass sich die Knielage aufklappen kann wie eine Döner-Tasche und dann die jeweilige Pausche, die ich brauche, von der Form da reinsetzen kann. Und das Ganze wird dann gehalten durch die Klettbasis und das Blatt wird dann beim Angurten unten gehalten und es formt sich wunderbar rüber. Jetzt muss der Sattel noch gereinigt werden, dementsprechend mit einer blauen Lederpflegecreme gereinigt werden und gepflegt werden. Und diese Creme bekommt der Kunde auch mit, damit er weiterhin Freude hat an seinem Sattel.